Eine der wohl häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist Wie schaffst du das eigentlich alles? Und darauf habe ich eine ganz einfache Antwort. Und zwar drei Prioritäten und Timeboxing. Wie schaffe ich es eigentlich, meinen Tag zu planen mit all den vielen To-Dos, die du und ich im Leben haben und nicht gleichzeitig in einem Burnout zu landen? Ich bin ehrlich zu euch. Ich könnte den ganzen Tag arbeiten. Ich könnte den ganzen Tag Dinge für meine Schule planen, Projekte mir überlegen, wie wir die Schule weiterentwickeln können. Gleichzeitig könnte ich hier unzählige Videos planen und auch drehen oder auch die Familienangelegenheiten und die Familien-Events planen und ganz wichtig natürlich auch durchführen. Wobei natürlich Letzteres nicht wirklich Arbeit ist, sondern das Vergnügen ist. Und da sind wir schon genau bei dem Punkt, der für mich eine große Unterscheidung ist, vielleicht zu anderen Dingen. Und zwar Work-Life-Balance. Nein, für mich gibt es keine Work-Life-Balance. Für mich ist das Leben die Balance. Und zwar in dem Sinne, dass mein Leben besteht aus meiner Arbeit, die ich über alles liebe, meine Familie und auch gleichzeitig die Parts, die mich betreffen, die mich glücklich machen. Und idealerweise sollten diese Dinge im Gleichgewicht sein. Und zwar in dem Gleichgewicht, wie du es gerne hättest. Es muss sich für dich gut anfühlen. Da brauchst du keine Work-Life-Balance, sondern einfach nur eine Life-Balance, dass du zufrieden bist mit dem, was dich glücklich macht. Ganz ehrlich, dafür eine ganz wichtige Voraussetzung ist schon, dass man seinen Job, wo man wirklich ziemlich viel Zeit verbringt, nicht nur mag, sondern auch liebt und vielleicht darin auch einen Mehrwert sieht und indem man etwas Sinnstiftendes schafft. Wenn das bei dir überhaupt nicht der Fall ist, dann denk vielleicht mal darüber nach, etwas zu ändern. Aber hey, was hat das Ganze mit Zeitmanagement zu tun? Und da kommen wir zu meinen drei Prioritäten. Nimm dir die Zeit für die Dinge, die wirklich zählen. Am Anfang der Woche, und da sind wir schon so ein klein bisschen im Bereich Timeboxing, wo ich dann später nochmal drauf zurückkomme. Am Anfang der Woche nehme ich mir immer etwas Zeit und schaue nach, wie sieht meine bevorstehende Woche aus. Kann ich die Dinge, die ich unbedingt angehen möchte, die mir für mich wertvoll sind, die ich machen möchte, kann ich die dort unterbringen? Beziehungsweise ich plane es so, dass ich sie unterbringe. Ich schaffe mir Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Beispielsweise die Weiterentwicklung meiner Schule. Da probiere ich alles in der Woche so zu planen, dass ich die Dinge angehen kann. Und wenn man doch ein Meeting oder ein unvorhersehbares Event kommt, welches ich nicht verschieben kann, dann habe ich gar kein schlechtes Gewissen dabei, andere Dinge, beziehungsweise die Sachen, die mir wichtig sind, vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt zu schieben, weil ich die Zeiten dafür habe. Und ich mir am Anfang der Woche einen Überblick über die Dinge verschafft habe, die anstehen und schaue, was mir wichtig ist. Werde komfortabel damit, Nein zu sagen oder zu sagen, lass uns das in ein paar Wochen angehen. Wenn die Dinge, die auf dich einprasseln als To-Dos oder irgendwelche anderen Projekte, nicht authentische Freude bei dir auslösen oder sagen, hey, das möchte ich unbedingt jetzt angehen, dann ist es vielleicht ein Nein. Dazu passt auch der Spruch, den ihr alle kennt, is it not a hell yeah, it's a no. Wenn du also nicht vor einer ersten Sekunde für die Dinge, die du angehen möchtest, brennst und sagst, ja, das fühlt sich gut an, darauf habe ich Lust, dann ist es vielleicht ein Nein. Und es ist auch nicht schlimm, Dingen oder Projekten oder Terminen, die du angehen möchtest, beziehungsweise die auf dich einprassen, zu sagen, hey, es passt jetzt nicht, lass uns daran später arbeiten. Und wisst ihr, was ein total schöner Nebeneffekt ist? Die Menschen, die mit den Projekten auf dich zukommen, die arbeiten meistens an den Projekten weiter und in ein paar Wochen später ist das Projekt schon an einem anderen Punkt und vielleicht kannst du dadurch einen viel besseren Einfluss auf das Projekt nehmen, als wenn du es vor den paar Wochen vorher getan hättest. Werde also komfortabel damit, auch mal Nein zu sagen oder Dinge auch zu einem späteren Zeitpunkt zu schieben. Verwalte deine Energie und nicht deine Zeit. Wenn du dir deine Woche planst oder deine Tage planst, wir werden es leicht beim Timeboxing sehen, dann geht es nicht darum, den Kalender maximal prall zu fühlen, um produktiv zu wirken oder dass es sich so anfühlt, als ob du so produktiv wärst. Nein, lass dir Freiräume, sodass du, wenn du gerade im Flow bist, an einem kreativen Projekt am Arbeiten bist und nicht schon weißt, da steht der nächste Termin an oder du hast lange Zeitpunkte oder beziehungsweise Zeiträume geblockt, dass du einfach weiterarbeiten kannst, weil du dir energetisch beziehungsweise deine Aufgaben so aufgeteilt hast, dass sie dir Energie geben und nicht Energie ziehen. Und ein weiterer Vorteil, an dieser Art und Weise zu arbeiten, ist auch noch, dass wenn du mal merkst, hey, es passt gerade nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, sich vielleicht mit Dingen, die vielleicht gar nicht so ultra wichtig sind, weil dein Energielevel, deine Freude gerade nicht so großartig ist, dass du dich vielleicht zum Beispiel mit unwichtigen Mails rumschlagen kannst, die du trotzdem bearbeiten musst, dann kannst du die Dinge angehen, die dir vielleicht nicht so viel Energie geben oder wo du gar nicht so viel Energie hast. Deshalb fülle deinen Kalender nicht komplett, plane die Sachen so, dass sie dein Energielevel betreffen und nicht deinen To-Dos. Wie setze ich das Ganze jetzt eigentlich in meinem Alltag um? Und zwar mit Timeboxing. Timeboxing ist nichts anderes, als den Kalender mit bestimmten Zeitfenstern zu füllen, dass du dort die einzelnen Dinge abarbeiten kannst. Bei mir, in meinem speziellen Fall, mache ich das in einer anderen besonderen Art und Weise, jedenfalls für mich, und zwar mache ich das immer tageweise. Ich setze mich immer abends hin und plane den nächsten Tag. Hat den Vorteil, dass ich genau weiß, welche Dinge anstehen und kann ihn ganz gut durchstrukturieren und kann mir Zeitfenster für bestimmte Bereiche freischaufeln, die meinen drei Prioritäten beschäftigen. Aber wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Dazu schauen wir jetzt mal rein. So, da sind wir auch schon mittendrin in meinem privaten Kalender. Seht's mir nach, dass da einiges ausgegraut ist, weil ich teile gerne Sachen mit euch, aber tatsächlich nicht alles. Aber die Farben könnt ihr trotzdem erkennen. Also, das Besondere in meinem Kalender ist, ich arbeite mit einem Kalender an einer Stelle. Und das ist einfach schon mal der erste Tipp, den ich euch sofort ans Herz geben möchte. Arbeitet nicht mit fünf verschiedenen, unterschiedlichen Kalender. Probiert alles in einem einzigen Kalender zu machen. Ich habe es noch vor einer Weile probiert, einen Arbeitskalender und einen privaten Kalender zu führen. Aber das hat immer wieder zu Überschneidungen geführt, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Deshalb landet alles in einem Kalender, der über alle meine Geräte synchronisiert ist. Und das hilft mir persönlich am meisten. Des Weiteren, ihr seht, ihr habt hier unterschiedliche Farben. Das Blaue ist das, was ich privat, was für mich ist. Dann habe ich einen Familienkalender. Und Leute, das ist der Gamechanger. Sobald ihr etwas in eurem Leben plant, was nicht nur euch betrifft, holt euch einen synchronisierten Kalender mit eurer Familie. Oder mit eurer Freundin, eurem Freund oder sonst wem, eurer WG. Vollkommen egal. Sobald ihr Termine habt, die Auswirkungen auf andere Menschen haben, in meinem Fall meine Familie, landen die im Familienkalender. Dass ich zum Beispiel da später nach Hause komme. Oder ich an dem Tag irgendwelche Sachen vielleicht nicht erledigen kann. Oder wir gemeinsame Familiere Erlebnisse haben. Wie zum Beispiel hier unten. Da seht ihr das ja Volleyball mit dem Töchterchen. Das ist etwas, wo ich hinfahre. Und da weiß ich, okay, das betrifft uns alle gemeinsam. Und ansonsten habe ich in rosa den Schulgelaber-Kalender. All das, was mich mit Schulgelaber betrifft. Wobei das auch immer so ein bisschen mit Familienkalender. Hier zum Beispiel habe ich eine Sitzung, wo ich mich im Rahmen von Schulgelaber austausche. Aber es betrifft meine Familie. Deshalb ist das hier in dem Kalender drin. Und zu guter Letzt habe ich den schulischen Kalender in grün. Und das, was ihr so ausgegraut seht, beziehungsweise geblurrt seht. Das ist der Kalender meiner Schule. Und dadurch habe ich die einzelnen Sachen importiert. Und dann habe ich noch einen dritten Kalender, beziehungsweise einen vierten Kalender. Das ist der Kalender in rot. Das sind all die Sachen. Sie steht da auch nur leider ausgegraut. Das sind all die Dinge, die ich schulisch zu erledigen habe. Und beziehungsweise rund um die Planung mit irgendwelchen Gesprächen, Elterngespräche oder irgendwelche anderen Sachen. Oder kollegiale Gespräche. So, ihr seht also, das Ding ist ziemlich rappedicke voll. Aber nichtsdestotrotz, und das ist einfach eine typische Woche bei mir, nichtsdestotrotz habe ich hier Zeitfenster, die ich ganz gerne mit Dingen fülle. Und das ist das Timeboxing. Ich habe hier also eine Lücke, wo ich weiß, okay, da habe ich eine Phase, wo ich arbeiten kann. Und dadurch, dass ich meine To-Dos etc. kenne, kann ich hier einfach sagen, okay, mach mal hier mal ein neues Ergebnis. Und dann nenne ich das einfach mal Arbeitsphase 1. Und dann weiß ich, okay, von 10.30 bis 11.15 werde ich hier in dem Bereich am Arbeiten sein, weil ich vorher Sport mache. Für mich, den Bereich. Und dann weiß ich, okay, nach dem Volleyball, und wenn die Familie sich Richtung Bett bewegt, beziehungsweise im Bett ist, weiß ich, okay, hier zu dem Zeitpunkt werde ich was für Schulgelaber machen. Und dann nenne ich das Arbeitsphase 2. Und dann weiß ich aber auch, hey, vom Kalender her ist das etwas mit Schulgelaber an dem Tag und möchte dort arbeiten. Und so wüsste ich, so ist mein Tag am Montag sozusagen vorstrukturiert. Ich gebe eine grobe Phase rein, wo ich arbeiten möchte. Und da habe ich auch nochmal einen zweiten Bereich und habe hier aber auch noch gelügend Lücken, sodass ich sagen kann, hey, bestimmte Sachen kann ich in der Zeit bearbeiten. Es gibt auch Menschen, die dann reinschreiben, dass sie da am Essen sind, etc. Das müsst ihr für euch sozusagen wissen, wie ihr das macht. Aber das würde passen. Dann darauf den Tag weiß ich, okay, hier in dem Bereich, alles seht ihr ja grün überlappend, da habe ich leider nicht so viel Zeit. Aber ich habe hier nachmittags wieder eine Phase. Also ziehe ich die Arbeitsphase 2 einfach hier rüber am nächsten Tag. Wenn ich dann sozusagen am Montag meinen Tag für den Dienstag plane, setze ich mich hin. Okay, da könnte ich nochmal was am Arbeiten sein. Weiß aber auch, dass ich zum Beispiel da früher in die Schule fahre und weiß, dass ich hier vormittags nochmal eine Arbeitsphase haben werde, wo ich mich mit bestimmten Dingen austauschen kann bzw. am Arbeiten sein kann. Also so funktioniert das Timeboxing. Nichts Weltbewegendes, kein Zaubermittel. Einfach nur deinen Tag mit Zeitfenstern blocken, durchstrukturieren und schon wirst du sehen, hat das einen unheimlichen Effekt. Und nochmal der wirkliche Tipp von mir, holt euch einen geteilten Kalender. Game Changer. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, haut es unten in die Kommentarfunktion rein. Ich wünsche euch einen glorreichen, großartigen und vor allen Dingen produktiven Tag. Viel Spaß.